Heute ist es wieder soweit, wir rufen gruselige Personen um 3 Uhr nachts an, meine Freunde. Und wie ihr sehen könnt, wir sind schon drin und Taddeus ist einer von denen. Wir haben hier außerdem noch Zutuzahls dazu bekommen und noch so ein paar andere. Wir werden heute wieder geisteskranken Mist erleben und falls ihr Bock drauf habt, lasst Like da, viel Spaß, wir gehen rein. So, wen haben wir denn hier noch so? Wir haben C, Granny, Baldi, Santa, Sonic, Hagi. Ich habe hier schon eine ganze Menge mitgenommen und ich glaube, wir sind hier unten auch schon mit allen soweit fertig. Ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken. Ich glaube, Piggy haben wir noch nicht mitgenommen. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Wir machen Piggy, Tchutchu-Charles und danach rufen wir Taddeus an. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber bevor wir jetzt zu Piggy gehen, wollen wir natürlich erstmal eine Nachricht schreiben, Leute. Hallöchen, Süße. Mal gucken, was ihr schreibt. Kommt da irgendwas? Ja. Und ich denke, das wird nichts Gutes sein. Du riechst lecker. Okay, hab neues Parfüm drauf. Äh, äh, Hugo Boss. Kann ich dann auch verstehen, dass sie sagt, ich, äh, schmecke oder rieche lecker? Guck mal, was sie darauf antwortet. Ich sagte, oink, oink. Digga, wird das jetzt hier ein Rollenspiel oder was? Äh, was geht heute? Ich nehme das hier auf den Freitag auf, Leute. Das heißt, ich frage mal hier gerade, was heute am Wochenende geht. Mal sehen. Hast du die Tür abgeschlossen, Denomee? Boah, weißt du meinen Namen? Komisch, Leute, komisch. Kommt da auch mal irgendwie was Vernünftiges von dir? Piggy, du siehst es, äh, hast du Speck gegessen? Nein, Piggy. Böse Piggy. Okay, wir gucken, was sie schreibt. Vielleicht kommt Bild jetzt. Lass uns Speck machen, aber nicht für mich. Nee. Chicken Nuggets. Ich, nee, gar kein Speck. Chicken Nuggets, bitte. Jetzt. Kommt zu Piggy. Okay, Leute, vielleicht war es eine Einladung. Ich ruf einfach mal an. Wir gucken mal, was Piggy uns so erzählen will. Zeigen will, je nachdem. Ich bin jetzt hier in irgendeinem Haus. Da oben habe ich was gesehen, ne? Was ist das denn hier oben? Bro. Hallo. Ich sehe dich, sagt hier irgendjemand. Moin, Piggy. Irgendwas zittert in deinem Kopf so. Kannst du mal weggehen? Gar kein Bock auf dich. Einfach ein bisschen weg so, ein bisschen weg. Einfach so, weißt du? Ein bisschen vielleicht. Ach, komm schon. Reicht jetzt. Ich fotografiere nochmal, Leute. Ich habe so immer das Gefühl, solange wir noch Fotomöglichkeiten haben, tut uns keiner weh. Kannst du mal weggehen? Okay, Leute. Wir müssen schnell sein. Ich weiß nicht, ob wir... Piggy, du bist heute aber ganz schön süß. Was ist das für ein Licht da oben? Was steht denn die so nahe dran? Bin ich hier einfach irgendwie versteckt? Oder was wird das hier? Es passiert gerade nichts. Ich habe ein Bild gemacht. Ich habe so das Gefühl, das wird gleich für mich ganz eklig ausgehen. Oh, Leute. Guckt mal, hier ist Piggy durchgestrichen. Hallo, Piggy. Heute Chicken Nuggets. Was ist denn das für ein Geräusch? Hast du vergessen, wir waren atmet oder was? Piggy. Lass es. Ich muss los. Taddeus anrufen. Piggy, bitte. Piggy. Mach nicht diesen. Da hätte ich sie vielleicht fotografieren können. Aber in dem Fall... Ey, ganz ehrlich. Wie lange brauchst du noch? Jetzt habe ich sie aufgelegt. Boah, gut, Leute. Wir gehen mal weiter. Ich schreibe mal Chuchu Charles an. Chuchu. Chuchu. Mal gucken, was kommt. Was hast du mit meinen Eiern gemacht? Naja, Frühstück, Bro. Weißt du? Muss man ja halt auch morgens was essen. Ist ja die wichtigste Mahlzeit. Spinnweben, kryptisches Ende, kein Licht. Junge, was hast du... Was hast du genommen? Leute, hat der irgendwas... Irgendwelche komischen Sachen sich reingezogen? Oder was ist da bei dem los? Was redet der denn da für ein doofes Zeug? Meine Eier, du wirst der Host... Will der die bei mir reinpacken, damit die da schlüpfen, oder was? Bist du... Bist du krank, Alter? Was redest du da? Ey, der kriegt gleich einen Timeout, Alter. Ich sag dir, wie es ist. Komm zu mir. Nur, wenn du Meckis fährst. Ihr wisst es, Leute. Ich komm immer nur in Züge rein, wenn Meckis dabei ist. Wir gucken mal, was er schreibt. Okay, Leute, wir haben ein Bild gekriegt anscheinend. Was ist das hier? Ich check selber nicht, aber irgendwie sind das möglicherweise Eier oder so. Hier irgendwie so im Underground. Ich ruf mal Chuchu Charles an. Wir gucken mal, was passiert. Wer weiß. FaceTime regelt. Chuchi, geh mal ran da. Leute, Chuchi, der Spitzname für meinen Ehrenbrä. Was haben wir hier? Irgendwelche Bilder liegen da drauf, ne? Aha. Es läuft, Bro. Tschüss. Sieht irgendwie ziemlich eklig aus. Aber sehr, sehr nice gemacht. Das muss man sagen. Und irgendwie dingelt das hier so ein bisschen. Kannst du mal Platz machen? Hier sind jetzt hier weitere Bilder aufgetaucht oder so. Ist der gerade auf dem Haus? Tatsächlich. Bro, komm mal da runter jetzt. Deine Eier sind da oben jetzt nicht. Was macht denn der da? Ich würde gerne ein cooles Foto von dir schießen. Wenn das okay ist, bring dich mal ein bisschen so in... Ist der gerade sauer? Oh, die Bilder sehen echt gut aus, wirklich. Also du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich mach wirklich gute Bilder. Was ist das denn? Dieses Geräusch, ne? Wenn der sich gleich umdreht, muss ich los. Sie sehen hier einen dummen Zug. Warum werde ich immer zu diesem Tisch gebracht? Ich verstehe es nicht. Warum immer zu diesem Tisch? Kann ich da irgendwas lesen? Ne, hä? Jetzt ist alles ruhig. Es ist alles dunkel. Wir sehen nichts. Es hat sich hier gefühlt aber auch nichts verändert. Ich kann nicht viel dazu sagen. Außer, dass der jetzt kommt! Junge! Direkt aufgelegt, ey. Was ist das denn? Ich schreibe erst mal Tadeus jetzt. Bist du bereit? Wir machen den Spongebob, Leute. Könnte sein, dass er sich aber auch straight aufregt. Was schreibt er? Guck dir mal seine Augen oben an. Du hast recht. Ich bestelle mal einen Krabbenburger, Leute. Ich hätte gerne einen Krabbenburger-Spezial mit extra Sardellen und Käse. Hoffentlich einfach raus jetzt, weil ich habe Hunger. Du kannst nicht mit der Dunkelheit in mir umgehen. Kriege ich jetzt meinen Krabbenburger? Guck mal einfach mal. Manchmal muss man ja auch ein bisschen... Ne? Okay, der redet hier wehres Zeug über die Dunkelheit und ganz schlimmen Dingen. Sonst gib mir Krabbenpommes. Ist auch okay. Nehme ich. Ohne Soße. Ganz simpel. Krabbenpommes einfach... Bro, was ist das für ein Bild? Digga, was ist das für ein Bild? Ich rufe den an. Ich gebe meine Bestellung so auf. Ich gebe meine Bestellung so auf. Komm, ruf den Tadeus an. Ich habe das Gefühl, dass das der Schlimmste ist, den wir anrufen können. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir diven mal rein. Wo sind wir? Wir sind in irgendeiner Butze. Wer ist er denn, Alter? Tadeus! Ich hätte gerne einen Krabbenburger. Spezial. Mit Tadellen und extra Käse. Okay. Der macht jetzt erstmal soweit nichts. Der sitzt da hinten. Guckt der mich an? Tschüss. Er zeigt auf mich. Ich glaube, er sucht gerade nach mir. Junge. Was war das denn gerade da oben an der Wand? An der Decke da oben? Ganz komisches Ding. Oh ne, ne? Die, also... Weiß ich nicht, aber... Ganz komisch hier jetzt. Was macht der da unten? Hm. Alles sehr sass hier. Tadeus, Mann. Bist du eingeschlafen? Cheesy Boy. Der hat ja sein Essen gerade aufgesnackt, Leute. Ich check's nicht so ganz. Aber... Oh, Tadeus hat einen Krabbenburger. Okay, mir reicht's. Für heute ist Feierabend. Das war's auf jeden Fall mit einem weiteren Video zu Callit3am. Also in Roblox. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, auch wenn ihr wollt. Dass wir die nächsten dann auch wieder anrufen. Dann schreibt einfach Hashtag Call in die Kommentare. Deno out. Deno out. Andern. Tadeus.